Das Buch vom Auszug aus Ägypten, das zweite Buch Mose, das erzählt die Geschichte von dem Volk Israel, was unterdrückt war, in Ägypten unterdrückt. Als Fremdlinge haben sie dort gelebt und wurden als Sklaven missbraucht. Und Gott hat das Schreien seines Volkes gehört, das ist sein Charakter. Gott ist ein gerechter Gott. Er sieht die Elenden, die Schwachen, die Entrechteten und er steht auf, um sie herauszuretten. Das ist das Reich Gottes, was Jesus verkündet hat, die Königsherrschaft Gottes. Wir finden das zum Beispiel im Psalm 146 so wunderbar beschrieben. Da steht, glücklich der dessen Hilfe, der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott steht, in Psalm 146, Vers 5. Der Himmel und Erde gemacht hat das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Weisen und Witwen, hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren oder König sein in Ewigkeit. Dein Gott, Sion, von Generation zu Generation. Halleluja. Das ist diese Vision, diese Schau auf das Reich Gottes, auf die Königsherrschaft Gottes. So regiert Gott, so ist Gott König. Das ist sein Charakter, das ist sein Herz. Und er hat es uns auf vollkommene Weise offenbart in Jesus Christus. Wenn wir das hier lesen, dann lesen wir das, als ob das ein Programm von Jesus wirken ist, als er gekommen ist. Und er hat es ja auch so ähnlich vorgelesen. Er hat dann Jesaja 61 zitiert, aber in Jesaja 61 steht etwas ähnliches. Und das ist das, was Jesus zeichenhaft gebracht hat. Jesus hat das Reich Gottes nicht auf die Erde gebracht in Vollendung. Die Königsherrschaft Gottes ist noch nicht vollständig da. Und das ist der Grund, warum so viele Juden auch Jesus abgelehnt haben bis heute hin. Sie sagen, wenn er der Messias ist, wo ist dann das Reich Gottes? Wo ist die Königsherrschaft Gottes? Aber Jesus hat deutlich gemacht, dass zuerst ein Anfang gemacht wird, dadurch, dass er für die Sünden der Menschen stirbt. Der Anfang wird dadurch gemacht, dass die Königsherrschaft Gottes in den Menschen, die sich Gott zuwenden, beginnt. Gott gibt Zeit, Gott gibt Gnadenzeit für die Menschen, dass sie sich bekehren und dieser Königsherrschaft Gottes sich freiwillig unterordnen. Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Und wisst ihr, dieser Tag, wo die Königsherrschaft Gottes sichtbar, offenbar wird, sie ist verbunden mit dem Tag des Herrn, mit dem Tag des Zorns. Denn es ist verbunden mit dem Gericht über den Gottlosen, wie es hier steht. Damit Gerechtigkeit in vollkommener Weise geschieht, muss alle Ungerechtigkeit hinweggetan werden, muss alle ungerechten Machtstrukturen beseitigt werden, alles Stolze erniedrigt werden. Das wird der Tag des Herrn sein, der kommt. Solange aber sucht Gott Menschen, die sich der Königsherrschaft Gottes freiwillig unterwerfen, die jetzt schon Ja dazu sagen, die jetzt schon Gott König sein lassen in ihrem Herzen. Und das ist ja so wunderbar, wenn du bedürftig bist, wenn du bedrückt und elend bist, dann darfst du zu ihm kommen und er möchte dein Elend wenden. In dieser dunklen, finsteren Zeit will er dir helfen, will er dich retten, will er dich aufrichten, will dich reinigen von deiner Sünde und will dich auf deine Füße stellen und gibt dir deine Würde, deinen Wert zurück. Wisst ihr, diese Sklaven, sie hatten keinen Wert bei den Ägyptern, sie waren entrechtet. Aber Gott gibt ihnen diesen Wert zurück. Sie sind wertgeachtet in seinen Augen. Und das ist so schön, das ist das Wunderbare an der Königsherrschaft Gottes. Wenn du sie annimmst in deinem Herzen, jetzt, heute, dann erlebst du diese Liebe. Ja, du bist geliebt, du bist gewollt. Du bist angenommen, dir ist vergeben. Du bist gerettet. Du bist jetzt ein Kind des ewigen Gottes. Ja, und du wirst mit Christus regieren. Du wirst teilhaben an der Herrschaft Gottes. Du wirst Mitarbeiter sein und damit geht dann die Nachfolge los. Gerettet, ja, geheilt, aufgerichtet, aber jetzt auch Mitarbeiter an diesem Reich. Mitarbeiter, der da durch den Geist Gottes berufen hinausgeht, um andere Menschen hineinzuziehen in diese Königsherrschaft Gottes. Anderen diese frohe Botschaft zu bringen, das Reich Gottes ist nahe. Gott ist da und er möchte dein König sein. Dich hineinführen in diese heilsame, befreiende Herrschaft Gottes. Jesus, der Christus, der Messias, er will dein König sein. Nimm ihn doch an. Er macht dich frei. Und er befähigt dich dazu, hinaus zu gehen und auch mitzuwirken, mitzuarbeiten daran, dass andere frei werden. Was für ein großes Vorrecht haben wir, dass wir jetzt schon schmecken und sehen dürfen, wie Gott ist und dass wir Mitarbeiter in seinem Reich sein dürfen. Und Mose und Aaron, die haben das auch erlebt und diese ganze Geschichte von dem Auszug aus Ägypten ist letztendlich etwas, was sozusagen im Kleinen das darstellt, was Gott universal für die ganze Welt geplant hat. Gott hat sein Volk in dieser Welt und da will es herausholen aus der Knechtschaft, aus der Unterdrückung und es befreien. Aber dazu gehört etwas und zwar diese zehn Plagen und die zehnte Plage ist das Gericht, durch das dann das Volk Israel tatsächlich in die Freiheit hineinkommt. Und das ist so spannend und interessant zu sehen, es ist die Plage der Tod des Erstgeborenen. Aber bevor dies geschieht, bevor dieses Strafgericht kommt, bereitet Gott sein Volk vor. So dass sie gerettet werden vor diesem Strafgericht, dass sie nicht teil oder unter dieses selbe Strafgericht kommen wie die Ägypter. Wir haben gesehen in den Plagen, dass es manche Plagen gab, wo die Israeliten genauso zu leiden hatten wie die Ägypter. Aber es gab bei vielen Plagen die Aussage, die Israeliten hat es nicht getroffen. Sie waren bewahrt, sie waren beschützt. Und jetzt die große letzte Plage, ja sie ist es, wo Gott ein besonderes Schwergewicht darauf legt, sein Volk zu bewahren und einen besonderen Weg aufzeigt, wie sie bewahrt werden. Und er hat es damit noch unterstrichen, dass er gesagt hat, dieser Weg, wie ich euch bewahre vor dieser letzten Plage, das sollt ihr als Fest jedes Jahr feiern und euch immer wieder in Erinnerung rufen. Und das finden wir jetzt hier im zweiten Buch, Mose Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Gott beginnt damit, dass er eine neue Zeitrechnung anfängt. Jetzt fängt eine neue Zeitrechnung für euch an. Der Tag eurer Befreiung. Er ist in dem Monat, das soll jetzt der erste Monat für euch sein. Mit ihm fängt eine neue Zeitrechnung an. Das Wort Monat im Hebräischen kommt von Neu sein. Es kommt eigentlich von dem Neumond. Die Monate im jüdischen Kalender fingen immer mit einem Neumond an. Deswegen waren die Monate immer etwas kürzer, 29 Tage meistens, manchmal 30 Tage. Dieser Mondumlauf, das dauert ja 29,5 Tage. Und so war das Jahr immer etwas verkürzt. Und dann gab es sogenannte Schaltmonate, die eingeführt wurden, um sozusagen das Sonnenjahr dann auch zu Ende zu bekommen. Aber hier ist der Punkt, wo Gott für sein Volk eine Zeitrechnung, neue Zeitrechnung einführt und sagt, dieser Monat ist jetzt der erste Monat. Wer hat festgelegt, dass der Januar der erste Monat in unserem Jahr ist? Ja, das kannst du nachlesen und nachforschen, wie es dazu gekommen ist. Das hat mehrere Ursachen und Gründe historisch. Aber es ist nun mal so. Und eigentlich hat es keinen besonderen Grund. Aber der Grund, warum dieser Monat, und es ist der Frühlingsmonat, der ungefähr März, April beginnt, je nachdem, wann der Neumond dann in dieser Zeit ist, dieser Monat soll der erste Monat sein, weil in diesem Monat die Errettung geschehen ist. Weil in diesem Monat die Befreiung geschehen ist. Da ist ein neues Zeitalter angefangen. Und Paulus drückt es so schön für uns auch aus, die wir auch eine Erlösung und Befreiung erlebt haben, wie das Volk Israel. Er sagt es in 2. Korinther 5, Vers 17, glaube ich. Genau. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. So wie ein neuer Monat beginnt mit dem Neumond. Der alte Mond ist vollkommen weg. Es ist völlig schwarz. Und dann fängt die neue Sichel an. So wurde das in alten Zeiten immer gesehen. Der alte Mond ist völlig verschwunden. Jetzt kommt ein neuer Mond. Deswegen Neumond. Das Alte ist vergangen. Jetzt fängt etwas Neues an. Und interessanterweise haben die Juden das später verändert. Die Juden feiern heutzutage ihren ersten Monat oder nennen den ersten Monat den Tishri im Herbst. Da feiern sie das Neujahrsfest. Aber hier das erste Mal spricht Gott eigentlich davon, dass dieser Monat, wo das Passafest gefeiert wird, dieser Frühlingsmonat, dass das der erste Monat sein soll. Das ist das Haupt der Monate. Mit ihm beginnt das Jahr. Da wird alles neu. Und das ist auch interessant, weil die Juden sich darauf beziehen, dass sie sagen, ja, in diesem Monat hat Gott die Schöpfung begonnen. Die Zeitrechnung der Juden wird heute und schon seit langer Zeit auf die Schöpfung zurückgeführt. Und es wird gesagt, so und so viele Jahre nach der Schöpfung. Aber Paulus sagt uns hier, in Christus hat die neue Schöpfung angefangen. Das ist wichtiger. Und das sagt Gott hier im Alten Testament im Grunde auch. Er sagt, die Schöpfung, ja, die ist wichtig und das ist gut. Aber die Befreiung, die Befreiung eines Menschen, Volkes, was unter der Sünde geknechtet ist, unter der Finsternis geknechtet ist, das ist was viel Größeres. Die Schöpfung ist wunderbar, wir haben sie gesehen, wir haben sie gefeiert und wir feiern sie immer wieder und es ist gut, dass wir sie feiern. Aber der Sündenfall ist gekommen. Schon im dritten Kapitel ist das Ganze ins Negative gewendet. Wir sehen das Elend, wir sehen das Leiden, wir sehen die Erlösungsbedürftigkeit. Heute so stark wie, ja, es drängt uns wieder, es bedrängt und bedrückt uns. Das Elend in dieser Welt. Und wir werden dem nicht Herr. Wir wissen nicht, wie wir dem begegnen sollen. Wir wissen nicht, wie wir dieses Elend wenden sollen. Es überfordert uns. Und da sagt Gott, ich habe ein Zeichen gesetzt. Ich habe ein Zeichen gesetzt. Ich habe eine Befreiung ausgeführt, eine wunderbare Befreiung. Das ist diese Befreiung eines ganzen Volkes aus der Knechtschaft. Ich habe es herausgeholt aus der Sklaverei. Ich habe ein Volk nicht gelehrt, eine Revolution durchzuführen, sondern ich habe sie selbst durchgeführt. Ich habe die Mächtigen selbst entthront. Und sie sind eine neue Schöpfung. Sie sind in ein neues Leben aufgebrochen. dadurch, dass sie mir vertraut haben, dass sie mir gefolgt sind. Und so ist es auch für uns. Wenn jemand in Christus ist, so ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Neue hat schon angefangen. Und das ist das Großartige. Wir haben diese Hoffnung in uns. Paulus sagt, das ist das wunderbare, kostbare Geschenk des Heiligen Geistes. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen das, was noch nicht zu sehen ist. Was verborgen ist. Wir sehen es schon. Wir schmecken es schon. Wir wissen schon davon. Der Tag wird kommen und Gott wird alle Tränen abwischen. und er wird die Blinden sehend machen und er wird die Gefangenen freimachen und er wird Recht schaffen, den Unterdrückten. Das ist der erste Monat. Und manche feiern ja ihren Geburtstag. Erster Tag, an dem sie zur Welt gekommen sind. Jedes Jahr wieder. Denken wir daran, ja, heute ist ja mein Geburtstag. Der Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Aber noch großartiger ist dieser Tag, an dem ich errettet wurde, an dem ich erlöst wurde. Und für manche ist es schwer. Die können vielleicht nicht einen bestimmten Tag benennen. Aber vielleicht einen Monat. Gott hat den Israeliten nicht einen Tag gegeben. Er hat nicht gesagt, dieser Tag ist der erste Tag für euch im Jahr, sondern er hat einen Monat gegeben. Dieser Monat ist der erste. Das ist der Tag oder der Monat, in dem ihr hinausgezogen seid. Und der Monat fängt interessanterweise erstmal mit ein paar Tagen an, wo nichts passiert. Denn hier steht in Vers 2, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Erst am 10. Tag dieses ersten Monats passiert etwas. Da sollen sie ein Lamm aussondern aus der Herde. Ein Lamm beziehungsweise eigentlich steht hier das Wort ein einzelnes Tier. Es kann sogar ein Schaf oder eine Zieger sein. Und es wird dann später genauer erklärt, dass es ein junges Tier ist, ein einjähriges Tier. Also tatsächlich ein Lamm. Aber es kann durchaus auch ein Zicklein sein. Auf jeden Fall ist es so, am 10. Tag. Ich habe überlegt, warum am 10. Tag? Und da kommt natürlich die Zahl 10, die in dieser Geschichte so eine Bedeutung hat. Einerseits die 10 Plagen, später die 10 Gebote. Aber hier bezieht es sich, glaube ich, schon eher auf die 10 Plagen. Diese 10 Tage, die sozusagen nochmal in Erinnerung rufen, 10 Plagen kamen über Ägypten. Und das ist eine Zeit des Wartens für das Volk Israel gewesen. Es ist diese Steigerung in dem Druck, den Gott gegenüber dem Pharao aufgebaut hat. Und diese Steigerung der Verhärtung seines Herzens. bis dieses furchtbare Ende kommt. Am 10. des Monats soll das Lamm herausgenommen werden. Ein Lamm für ein Vaterhaus. Ein Lamm ist interessant. Für das ganze Haus wird ein Lamm geschlachtet. Nicht mehrere Lämmer. Es wird nachher gesagt, dieses Lamm soll ganz gebraten werden und ganz gegessen werden. Und es soll so gegessen werden, dass es auch ganz aufgegessen wird. Und wenn die Familie zu klein ist, dann sollen noch die Nachbarn hinzugenommen werden, sodass eine Gruppe von Menschen tatsächlich ein Lamm verspeist. Ein Lamm speist die vielen. Durch dieses eine Lamm erfahren die vielen Rettung. Aber es ist nicht ein Lamm für das ganze Volk. Das würde nicht ausreichen. Davon kann nicht das ganze Volk essen. Aber das Essen ist so wichtig. Sie sollen dieses Lamm, was geschlachtet wird, Essen in sich aufnehmen. Sie sollen sich daran stärken. Dieses Lamm, das sein Leben hingibt, ist die Kraft für diejenigen, die ausziehen. Da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, ein einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Ein Lamm ohne Fehler, ein ganzes Lamm, ein vollständiges, ein heiles, ein gesundes. Das ist mit diesem Wort gemeint. Ein Lamm ohne Fehler. Ja, es soll ein männliches Tier sein. Die männlichen Lämmer hatten das, die waren, die mussten daran glauben. Die weiblichen, die hatten es gut. ein einjähriges, ein junges Tier. Lass uns mal in 1. Korinther 5 aufschlagen. Paulus gibt uns den Schlüssel, uns Christen hier heutzutage, den geistlichen Schlüssel zum Verständnis dessen, was hier geschieht. Und es macht diese Geschichte, die so schon so krass ist und so bewegend und so inspirierend, sie macht diese Geschichte noch universeller, weil sie für alle Menschen gilt, nicht nur für das Volk Israel. Denn hier steht in Kapitel 5 vom ersten Korinther Brief in Vers 7 Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Christus ist unser Passalam. Er ist dieses Lamm ohne Fehler, ohne Sünde, ohne Flecken, ohne Runzeln. Er hat nichts Böses getan, nichts Unrechtes. Nein, er hat die Herrschaft Gottes ausgelebt. Er hat nicht unterdrückt, sondern er hat die Gefangenen freigemacht. Er hat nicht die Witwe ausgebeutet, sondern er hat sie ihr aufgeholfen. Er hat den Sündern nicht hinausgestoßen, sondern er hat ihn zurückgeholt in die Gemeinschaft mit Gott. Er hat den armen blinden Bettler nicht auf der Straße sitzen lassen und ist achtlos an ihm vorbeigegangen, sondern er hat ihn aufgehoben und hat ihn sehend gemacht, sodass er ihm nachfolgen kann. Er ist unser Passalam. Er ist nach Jerusalem gezogen und hat sein Leben dort gelassen. Er wurde geschlachtet auf demselben Berg, wo das erste Lamm geschlachtet wurde. Genau diese Worte werden dort zum ersten Mal erwähnt. Das Opfertier ist dasselbe Wort, was hier verwendet wird, ist das erste Mal erwähnt, als Isaac und Abraham zum Berg Moria gehen. Und auch das Wort Schlachten kommt darin vor. Diese Schlachtung auf dem Berg Moria das Passalam. Es ist das Ersatzopfer. Anstelle der Erstgeborenen wird es geopfert. Die Erstgeborenen werden verschont. Stattdessen wird das Passa geopfert. All diese Dinge in diesem kurzen Satz Christus ist unser Passalam. Es ist geschlachtet. Da steckt so viel drin. Da steckt so viel Weisheit, so viel Erkenntnis drin. So viel Wahrheit. Und das macht mir das alte Testament so lebendig. Weil ich sehe, Christus ist es, um den es geht. So wie Jesus den Jüngern gesagt hat, guck doch mal, in der ganzen Heiligen Schrift, in allen Propheten ist von mir die Rede. Aber du brauchst erst diesen Schlüssel. Du musst ans Kreuz schauen und sehen, da hängt das Passa, unser Passa, das Passa der ganzen Welt hängt dort. So wie Jesus dann auch gesagt hat, so provozierend in Johannes 6 hat er doch gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, ihr nicht Anteil an mir haben. Also zurück zum Passa hier in Kapitel 12. Ich lese es einfach nochmal, wir das hier nochmal sehen, diese ganzen Dinge. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, ein jähriges. Ja, er war ein Mann. Gott hat ihn als Mann in diese Welt hineingestellt, als denjenigen, der die Verantwortung trägt, der den Kopf hinhält, der den Fehler Adams wieder gut macht, der nicht zum Unheils Stifter für die ganze Erde wird, sondern zum Heilsbringer. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, ein jähriges, ein junger Mann. Er ist nicht als alter Mann ans Kreuz gegangen, sondern als junger Mann. Soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, Quarantäne, vier Tage Quarantäne, um sicher zu gehen, dass dieses Tier nicht doch irgendeine Infektion hat und krank ist und dahin siegt, musste das erstmal für eine Zeit lang abgesondert werden und beobachtet werden, ob es wirklich auch den Ansprüchen genügt. Es sollte sich auch nicht noch anstecken bei irgendwelchen anderen Tieren, die vielleicht krank sind. Es wurde beschützt, es wurde aufbewahrt. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Also die Häuser, jedes einzelne Haus schlachtet dieses Lamm, aber die ganze Gemeinde, das ganze Volk Israel sollte errettet werden. Die Erlösung galt dem ganzen Volk. Deswegen sollten sie alle das vollziehen. Und so ist es auch mit uns, die wir zu Christus gehören. Christus ist unser Passerlamm. Auch wir alle sollen unter diesem einen Opfer des Christus verbunden sein. Das ist das, was uns eint als Christen. Dass wir ein und dasselbe Passerlamm haben. Alle miteinander. Und dass wir alle von diesem Passerlamm essen. Jeder in seinem eigenen kleinen Haus, in seiner eigenen kleinen Hausgemeinde. Am Abend, zwischen den zwei Abenden, soll es geschlachtet werden, in der Dämmerung. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Blut wird sichtbar an die Tür Pfosten gestrichen. Du kannst es sehen. Während du isst, siehst du das Blut des geschlachteten Lammes. Der Tod dieses Tieres ist dir vor Augen. Und es ist dort an den Tür Pfosten und ist ein Schutz. Das wird gleich noch klar werden. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Das Fleisch soll gegessen werden. Wisst ihr, es ist nicht ein rituelles Opfer und damit ist es geschehen und das war es dann. Nein, das Blut musste an die Türpfosten gestrichen werden, aber das Fleisch musste auch gegessen werden. Wie gesagt, Jesus sagt, ihr müsst es essen. Lass uns das nochmal lesen hier, Johannes 6 kriegt es nicht mehr ganz aus dem Kopf zusammen. Und Jesus spricht mit ihnen über das Brot, die Brotvermehrung, sie beziehen das auf das Manna, was von Gott im Himmel für das Volk Israel gesandt wurde, dieses Himmelsbrot und dann macht er ihnen deutlich, ich bin das Brot des Himmels, es gibt ein größeres Brot des Himmels als das Brot, was Gott den Israeliten damals gegeben hat. Und sie wollen das Brot und dann sagt er in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und dann sagt er später aber, wir springen mal weiter runter, in Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manner in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herab kommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herab gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, aber das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und hier wendet Jesus sozusagen von diesem Gedanken des Brotessens geht er über auf das Fleisch essen und geht somit über in diese Symbolik vom Passer fest, das Fleisch zu essen. Es war nämlich zu der Zeit des Passers, wo das hier geschehen ist, das sehen wir in Vers 5 von Kapitel 6 steht, es war aber das Passer nahe. Also Jesus geht von der Symbolik des Brotes über zum Passer fest, zu dem Fleisch, was gegessen wird. Ich gebe mein Fleisch für das Leben der Welt. Dieses Passer Lamm gibt sein Fleisch für das Leben dieser Familie, dieses Hauses, dieser Nachbarschaft. Diese Lämmer geben ihr Leben für das Leben des Volkes Israel. Aber Jesus gibt sein Fleisch, sein Leben für uns alle. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst hat, er mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und wenn wir Abendmahl feiern, das hat ganz viel damit zu tun, denn dieses Abendmahl ist eingesetzt und hat während sie das Passafest gefeiert haben, diese Symbolik sozusagen überhöht. Er hat gesagt, das ist nicht etwas, was geschehen ist, sondern etwas, was jetzt geschieht in mir, in meinem Leib, der für euch gegeben wird, in meinem Blut, was für euch vergossen wird. Nehmt es, esst und trinkt, so wie die Israeliten das Passalam gegessen haben und dadurch Leben hatten, so esst mich, sodass ihr Leben habt. Und das ist natürlich Symbolik, das ist nicht wortwörtlich gemeint, die Jünger haben nicht ein Stück Fleisch von Jesus Körper gegessen. Und es ist natürlich auch nicht so, was die katholische Kirche dann daraus gemacht hat, nämlich dass die das Abendmahl dann tatsächlich, dass da irgendeine magische Umwandlung stattfindet, dass plötzlich dieses Brot das Fleisch von Jesus ist und dass plötzlich dieser Traubensaft das Blut von Jesus ist. Nein, es ist und bleibt Brot, es ist und bleibt Saft von den Trauben. Aber es hat eine Symbolik und Jesus hat es eingesetzt, damit wir durch diese Symbolik das tun, geistlich, was es bedeutet und dass es diese Dimension dann auch für uns hat. Ich rufe das nur noch mal in Erinnerung, ich habe die Verse schon oft gelesen, ihr kennt sie ja auch und das ist ja auch gut, wenn ihr sie kennt, das Blut Jesu hat Kraft. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Dieses Blut, was vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünden, so sagt Jesus das im Abendmahl. Das wirkt, es reinigt mich, aber nur unter einer Bedingung. Das geschieht nicht automatisch. Es geschieht, wenn ich im Licht wandle, wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich diese Erlösung auf mich anwende, wenn ich es aufnehme, annehme, einnehme, wenn ich dieses die Juden mussten das Passalam schlachten, sie mussten das Blut an die Türpfosten streichen, sie mussten dieses Lamm essen, so wie Gott es ihnen gesagt hatte. Dadurch waren sie sicher, dadurch waren sie gerettet. Jesus ist am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren gestorben und Johannes sagt hier in seinem ersten Johannesbrief Kapitel 2, er ist als Sühnung für unsere Sünden gestorben, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Aber nur wenn du dieses Fleisch isst und dieses Blut trinkst, hast du Leben. Wenn du es nicht nimmst, wenn du es nicht auf dich selbst anwendest, dann wirst du nicht teilhaben an dieser Erlösung, an dieser Befreiung, an dieser Errettung. Und das bezieht sich auf einen einmaligen, einen ersten Vorgang in deinem Leben, so wie die Israeliten das einmal tun mussten, weil die Plage kam und sie mussten sich davor schützen, und dann zogen sie aus, aber was haben sie dann gemacht? Jedes Jahr ist wieder gefeiert, jedes Jahr sich daran erinnert und so ist auch das Abendmahl, was wir nehmen, ist eine Erinnerung daran, dass ich das einmal, das erste Mal vollzogen habe, diese Rettung ganz persönlich für mein Leben angenommen habe, ich habe es in mich aufgenommen, ich habe Jesus in mich aufgenommen, den König, den Christus, den König Jesus, dass er für mich, für meine Sünden gestorben ist, dass durch das Blut, was er vergossen hat, meine Sünden getilgt sind, ich bekenne meine Sünde, meine Verfehlungen, meine Schwäche, ich weiß darum, ich sehe all meinen Versagen in meinem Leben und weiß und glaube aber, du Jesus genügst, dein Opfer genügt, dass es mich reinigt von all dieser Ungerechtigkeit und Brot und Traubensaft, wie gesagt, das sind Erinnerungen daran, an die Befreiung, die geschehen ist und sie sind gleichzeitig Stärkung darin, dass Gott einen Weg in die Freiheit mir gebahnt hat, dass ich unter der Herrschaft Gottes jetzt, nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels und seiner Schergen leben muss, sondern unter der Herrschaft Gottes jetzt ein Mitarbeiter Gottes sein kann, in der Freiheit. Das Passerfest ist so wunderbar, Geschwister, aber noch viel wunderbarer ist das Abendmahl, in dem sich das Passerfest erfüllt. Lass uns das nochmal hier, nochmal ein paar Verse hier aus dem zweiten Mose zwölf lesen. Also Vers 7, sie sollen von dem Blut nehmen und es an beiden Türpfosten und die Ohrschwelle streichen an den Häusern, in denen sie essen. Das Blut Jesu soll deine Lebenstür damit bestrichen sein, gereinigt durch das Blut Jesu, das steht über deinem Leben. Er wurde geschlachtet, sein Blut wurde vergossen, dir ist vergeben, du bist gereinigt, du bist geschützt, du bist bewahrt, du hast Leben, er ist in den Tod gegangen. Und sie sollen, nee, Moment, das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot, dazu werden wir nächste Woche was hören, darüber werden wir uns nächste Woche Gedanken machen, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa am Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Das ist das ganz Opfer. Er hat sich ganz gegeben. Er hat sich ganz hingegeben und er gehört uns ganz. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Das heißt, Mose sieht, Gott sieht die Schwäche seines Volkes. Sie werden es wahrscheinlich nicht hinkriegen, alles aufzuessen. Aber gut, damit die Symbolik stimmt, dann soll wenigstens der Rest verbrannt werden, sodass nichts übrig bleibt. Was aber davon so aber sollt ihr es essen. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passer für den Herrn ist es. Geschwister, das ist immer wieder, ich habe das in der letzten Zeit öfter betont, Paulus spricht davon, das Abendmahl, er sagt, wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist ausgerichtet auf das Wiederkommen unseres Herrn, auf das Kommen des Reiches Gottes. Auch als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, hat er gesagt, ich werde jetzt von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu trinken werde, im Reich meines Vateres. Er hat mehrmals darauf hingewiesen. Diese Verbindung, die Israeliten sollten aufbruchbereit das Mahl essen, nicht im Sessel gelehnt, zurückgelehnt, irgendwie die Beine hoch und dann so sondern in Aktivität, in Erwartung dessen, was kommt, in der Freude, in Aufbruchstimmung, ja sogar in dieser Haltung, jetzt geht's los, jederzeit bereit, das hat Jesus seinen Jüngern hat uns nahegelegt, seid wachsam, seid bereit, wenn der Herr wiederkommt. Das kann man natürlich wunderbar auch auf die Waffenrüstung übertragen, diese Verse hier, das könnt ihr mal machen, 6 Vers 10, die Lenden gegürtet, die Schuhe an euren Füßen, Stab in eurer Hand und ihr solltet Essen in Hast, ein Passer für den Herrn ist es und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen vom Menschen bis zum Vieh, auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorüber gehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt euch unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und wir feiern nicht das Passa, weil unser Herr Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt hat, aber wir feiern unseren Gott, den Rettergott, den, der das Volk Israel aus Ägypten gerettet hat, der auch uns gerettet hat, aus unserem geistlichen Ägypten, aus der Finsternis, aus der Bedrängnis, aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, aus der Angst, aus der Sünde. Hoffnungslosigkeit, aus der Gottlosigkeit, er hat uns herausgerettet und nimmt uns hinein in seinen Plan, in sein Reich. Lass uns das jetzt feiern, wenn wir das Abendmahl nehmen, lass uns erinnern an den Tag, wo er uns erlöst hat, an die Zeit, wo er uns herausgeführt hat, aus unserem Ägypten und lass uns darin stärken, dass wir dieses Feuer, das immer wieder neu brennt, diese erste Liebe, zu der Jesus uns zurückruft, diese tiefe Gewissheit und Hoffnung, er ist mein Retter, er ist mein Heiland, er ist mein König und er wird das Reich Gottes bringen, nicht nur für mein persönliches Leben, Christ sein ist doch nicht ich, 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 sondern es geht um diese ganze Welt. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns mit hineingenommen hast, uns mit hineinnimmst in diese Geschichte auf so wunderbare Art und Weise. Du hast selbst ein Opfer vorbereitet, ein Stellvertreter Opfer. Herr, wir sind die Geborenen, die Erstgeborenen, die geschlachtet werden sollten und doch hast du uns ausgelöst. Du hast ein Opfer ersehen, dir ersehen, was auf dem Berg Moria, auf dem Berg Golgatha geschlachtet wurde, sodass wir geschützt, bewahrt, gerettet, geheilt, gereinigt, ja, eine neue Schöpfung sind. Herr, so loben und preisen wir dich und wollen das jetzt auch hier im Abend mal feiern, dass du unser Retter bist und wir, ja, dein Volk, das du errettet hast und das du, ja, in die Freiheit führst und, ja, mitregieren lässt, mit dir zusammen. Herr, wir sind dir so dankbar und beten dich an, Herr, und wollen dieses Mal dir zu Ehren feiern und, ja, uns freuen und dich nochmal neu schmecken, neu in uns aufnehmen, neu uns stärken an dir, an deiner Gnade, an deiner Liebe, an deiner Barmherzigkeit, an deiner Rettung, an deinem Heil. Amen.